Meditation für den Frieden Stell dir vor, in der Mitte deiner Brust ist ein Zentrum. Damit kannst du fühlen. Wenn du dir einen lieben Menschen vorstellst und ihm zulächelst, dann spürst du dieses Zentrum. Dies ist dein energetisches Herzzentrum. Siehe, da in diesem Zentrum ein weisses Licht leuchten. Dieses Licht ist immer da. Es ist dein Mitgefühl. Es ist deine Liebe. Und es ist deine Flamme der Freude. Sei dir nun bewusst, dass jeder Mensch dieses Licht in seinem energetischen Herzen trägt. Siehe alle Menschen mit diesem Licht in ihrem Herzen. In jedem Erdteil dieser Welt trägt jeder dieses Licht des Mitgefühls im Herzen. Sei dir dessen bewusst und lächle alle diese Lichter an. Spüre dabei die Resonanz der Gutheit und der Positivität, die das erzeugt. Spüre die Verbundenheit mit den Lichtern aller Menschen, die jeder in sich trägt. Danke. Spüre die Verbundenheit auf der Gereidee. Spüre die Verbundenheit in der Gereidee. Spüre die Verbundenheit mit den Lichtern. Spüre die Verbundenheit in der Gereidee. Spüre die Verbundenheit